Mein Name ist Jose Vierni, ich unterrichte zeitgenossischen Tanz und Methodik der Zeitgenossischen Tanz. Was mir interessiert, ist die Vermittlung, zusammen mit Menschen in einem Raum zu sein, um physische Erfahrungen miteinander zu tauschen. Ich bin Spanier, ich hatte meine Ausbildung mit der internationalen Schule da in Madrid. Danach bin ich nach Brüssel gegangen und in Belgien habe ich mit dem Ballet Contemporal Brüssel getan. Dann haben wir meine zeitgenossische moderne Ausbildung. Danach kam ich hier nach Frankfurt am Main mit der Rui Orta bezog. Ich war neun Jahre als Tänzer und Assistent von Rui Orta. Deswegen habe ich auch diese Verbindung sehr stark zu Frankfurt am Main. Das war meine erste Halterstelle in Deutschland. Danach bin ich nach Hannover. Dann hatte ich meine erste Professur in der Hochschule in Hannover. und seit zehn Jahren bin ich an Depanuka Hochschule für Tanz Dresden. Ich bin sehr dankbar, und super schief. Ich bin sehr dankbar, und sehr dankbar mit meinem Fahrrad. Ich bin mir gut in der Nähe hinterher. Und ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar und brauche dafür, Ich bin sehr dankbar. Vielen Dank.